Ich bin heute dein Mann! Hallo? Ja, hallo, ich bin der Kanalreiniger. Ah, und was machen Sie hier? Ja, ich mache die Drecksarbeit. Wo ist denn Ihr Werkzeug? Ich habe nur meinen Zollstock dabei. Also jetzt gerade bin ich ein bisschen überfordert. Machen Sie sich keinen Kopf, ich bin der Best in diesem Beruf. Ich habe meine Ausbildung bei Acapulco mit Note 1 absolviert. Ich weiß nicht, sagt Ihnen dieses Unternehmen etwas? Acapulco? Hm, nee, das sagt mir gerade nichts. Ja, wir sind eine Sondereinheit und kommen nur durch die Hintertüre, weil das ist unauffälliger. Meistens sagen wir da auch gar nicht erst Bescheid.